Hallo Leute, Willkommen zurück bei A Plucktail. Vorsicht, da ist eine Wache. Jo. Nein, nein, mach ich nicht. Ah, das hat auch schon mal funktioniert. Wie ich im letzten Part vermutet habe. So, da ist der Kollege. So, jetzt tun wir uns hier schnell das... Okay, nehmen wir nicht. So, ich habe keine Chance. Ich muss das Gefäß nehmen. Oh, Moment. Ich glaube, das ist gefährlich, wo ich hier bin. Wo ist der Typ jetzt eigentlich? Der guckt doch mal ganz kurz in meine Richtung. Anscheinend nicht. Hm. Ich... Ich habe da drüben was gehört. Ja, da ist nichts mehr drauf. Dann... Vorsicht bei der Landung. Na gut, kein Hux. So. Sehr schön. Ne Werkbank. Und, kann ich was herstellen? Nein, wieder nicht. Ein Jahrhundert. Liegt der letzte große Kreuzzug zurück. Das habe ich doch schon gelesen, eigentlich. Ich verstehe nicht, warum hier Werkbänke sind. Amicia, was? Was habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Werden sie uns wehtun, werden sie uns schnappen? Sie werden uns nicht schnappen. Verstanden? Verstanden. Das war nicht seine Frage. Also, ich will jetzt erstmal schauen, was hier oben ist. Ja, nix. Lol. Gut. Schönes Holz hier. So, das sieht doch schon. Hey! Ugo! Ugo? 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 Wo bist du? Ugo, das ist nicht lustig. Oh, ich habe Krähen gehört. Da ist er doch. Ugo, wenn du nicht sofort herkommst, lasse ich dich allein zurück. Hier bin ich doch. Ich wollte nur ein bisschen spielen. Dafür haben wir keine Zeit. Keine Spielchen mehr. Verstanden? Wo hat er denn gespielt? Tut mir leid. Sie sind hier. Hä? Wer ist hier wo? Was sind das eigentlich? Weintrauben, ne? Das sind doch keine Reben. Die sehen doch eigentlich ein bisschen anders aus. Oh, da hinten. Da hat was geblinkt. Es zahlt sich aus, meine Neugier. Oh nein. Er hat... Ist das ein Buch? Notizen. Aufzeichnungen. Er war echt gemisst. Oh. Er hatte ein schönes Boot. Hatte. Aus dem Orient. So orientalisch sieht er gar nicht aus. Aber gut. Können wir da drüber? Oh. Es geht nicht. Da unten läuft einer. Oh. Guck mal. Alter. Was das sind aber ein paar ordentliche Schweine. Männchen. Versteckt euch lieber. Es ist gefährlich. Also, die kannst du... Die sind bereit, ne? Ah. Du bist ja da Gockelhahn. Als ob. Wieso macht ich es nicht einfach auf? Ja. Okay. Ich hätte auch einfach so reingehen können. So, ich möchte erst mal schauen, ob ich hier unten her kann. Ah, ja. Da sind zwei, die laufen Patrouille in den... Ja, ich nenne es mal, äh... Weinfeld. Oh nein. Es sind zu viele. Shh. Sei leise. Ach, das ist doch wieder der... Ist da hinten nicht die Brücke? Ich möchte jetzt ungern... Ich schaue erst mal hier oben. Doch. Ich glaube, oben würde ich nicht weiterkommen. Oder war da oben die Brücke? Ah, da ist auch noch einer. So, ich nehme an, hier kann ich nicht durch. Diese Teile... Die kenne ich eigentlich nur aus moderneren Zeiten. Und natürlich aus Stahl. Okay. So, jetzt... Hier ist aber nichts mehr. Ja, Leute. Was ich euch direkt sagen kann, ne? Es bleibt ein Schleichspiel auf jeden Fall. Aber durch die Story... Ist das trotzdem ganz cool. Was soll der Krach? Okay, das war dumm. Nein, nichts. Gar nichts. Ich war so dumm von mir. Mann! Wo kriege ich das Teil jetzt wieder her? Ich muss doch auf den anderen auch gucken, ey. Ich konnte jetzt nicht rauslaufen. Oh, ich kann mich treten. Jetzt so ein... Wenn ich das nicht nochmal finde, ne? Wo habe ich das her? War das nicht hier drin? Ja, geil. Ach, krass. Na dann. Weil das Problem ist... Das kann ich... Es gibt kein Metall, wo ich das dranwerfen kann. Man kann ja nicht mal kämpfen. Nein, ich will... Warte, warte, warte. Hier. Boah, ich könnte mich so... So, wir haben es nicht mehr. Es war unnötig. Da hätte ich mir sparen können jetzt den Tod. Nein. Boah, da macht die diesen Sprung, ne? Das finde ich auch immer geil, warum die da nicht... Oh, sie sind überall. So, warte ich. Boah, war knapp, oder? Na gut, niemand hier. Na gut. So, hier habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Möglichkeiten. Boah, Junge, Junge, Junge. Den hätte man sehen können an dem Speer, aber... Schon krass, irgendwie. Oh, der andere ist das Problem gerade, ne? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Schon wieder? Unmöglich. Das muss ich sehen. Schon zum zweiten Mal. Ich sehe lieber nach. Komm. Ich bilde dir das noch nicht zweimal. Okay. Der klingt ab. Wieder nichts. Ich dreh langsam noch durch. Sehr schön. Weil ich halt kurz gejumpt, gejumpt, gesprengt bin. Ich nehme mich nicht. So. Was ist das? Komm ich da durch? Nein. Mann, das ist doof. Wo ist er? Boah. Das war knapp. Na dann. Eifel gut. Das weiß ich. Durchsucht alles. Ob die irgendwann genauer gucken, wenn man das öfter benutzt? Einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Mausetot. Sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er gebissen? Ja. Hast du ihn angefasst? Nee. Gut. Denn wenn die Racken dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Beulen. Und jeder in deiner Nähe kann sich auch anstecken und sterben. Deshalb nennt man es auch den Biss. Äh. Dann. Lassen wir ihn wohl besser da liegen. Das ist bloß zum Ablenken hier, die Kiste. Das bringt dich so, als wäre das ein richtig krasser Schatz, ne? Was war das für ein Geräusch? Dieses Geräusch. Das sehe ich mir besser an. Boah, das ist, ähm... Noch geht es, aber ich glaube, da kommen noch kompliziertere Sachen. It's tricky! Nichts, rufen sie uns endlich zurück ins Lagen.